Sexismus-Eklat bei Pressekonferenz mit Neuseelands Premier Jacinda Ardern und ihrer finnischen Amtskollegin Sanna Marin. Der neuseeländische Radioreporter Joe Dwyer will wissen, ob sich die beiden Regierungschefinnen nur wegen ihres annähernd gleichen Alters und Geschlechts getroffen hätten. Jacinda Ardern kontert schlagfertig. Die 42- und 37-jährigen Politikerinnen bekommen solche Fragen tatsächlich immer wieder gestellt. Sanna Marin sagt dann noch. Marin meint im Anschluss, dass beide gemeinsam für die Gleichstellung eintreten wollten, um sicherzustellen, dass jede Frau und jedes Mädchen auf der ganzen Welt die gleichen Rechte und Chancen wie Männer hätten. Finnlands Regierungschefin Sanna Marin löste mit mehreren wilden Tanzvideos die ohne ihr Einverständnis an die Öffentlichkeit gelangten heftige Debatten aus. Marin hatte daraufhin ihr Recht auf ein Privatleben verteidigt und betont, sie habe bisher nicht einen einzigen Arbeitstag versäumt.